So, weiter geht es in Tschau-Schloss und Schwächling. Hehehe, stirb. Bäm, weggekickt, he? Alles klar, Tenshin-An? Du, Goku, das kann nicht sein. Du warst also, Tenshin-An. Aber ich war mir sicher, dich getötet zu haben. Verschwinde von dir, Goku. Verschwinde augenblicklich. Oh nein, du wirst nicht, nachdem du mich derart geschlagen hast. Entkommst du mir nun bestimmt nicht. Einen verrückten wie dich könnten wir nicht am Leben lassen. Trommel, töt ich ihn sofort. Na, komm mal her, Trommel. Hehehe, stirb. Blitze, 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 Blanz. Nein. Du haust mich. Du haust mich erneut. Nein. Was? Ach, bin ich zu spät gesprungen. Trommel, du kannst gar nichts. Sorry, Bruder, aber echt. Zack. Sprungkick. Okay, hier gibt es diese kleinen Dämonviecher statt den Soldaten. Die Soldaten gibt es nicht mehr. Yeah. Nur noch Dämonviecher und Vögel. Wir springen hier einfach mal durch, ob ihr es könnt. Was ist das denn? Und zack, zack, zack. Alles Pussis. Okay, das war jetzt verschwendet, aber egal. Zwei noch. Da ist noch einer. So. So, hier einfach durch, einfach durch. Kennt man. Was zum... Sie sehen genauso aus wie Tambourin. Aber schwächer als Tambourin. Mann, da ist noch einer. So. So, so, so. Einfach hoch springen und den Sprung kick. Das ist ein Schildkrötenpanzer. Schnell. Danke, lieber Gott. Und einer noch. Was? Da sind noch zwei. Drei, vier. Was zum... Ich dachte, ich wäre euch los. Einer noch. Ich wusste es. Komm her. Was? Okay, da ist noch einer. Zwei. Der gibt mir. Du wagst es. Oh, schnell weg. Ich will die sterben. Ey, da ist eine Tür. Fettes Hähnchen. Das mundet mir. Schnell weg. Okay, sind noch Gegner. Oh, fuck. Ach ja, wie wunderschön das Leben doch ist. Schnell weg hier. So, wenn da hilft, volles Leben und volle Energie. Das ist doch geil. Okay. Nein, nicht schon wieder. Ich will den Panzer nehmen. Ach, fuck. Ach so. Ich kann weiter. Wuhu. Oh, was ist das? Und zack. Was ist noch einer? Da hätten wir auch noch. Ach, da ist noch einer. Ach so, noch einer? Wo kommen die alle so schnell her? Piccolo kann die doch gar nicht so schnell erstellen. Ach ja. Ey. Was soll denn das? So, geht doch. Ich bin überrascht, dich hier zu sehen. Du weißt wohl nicht, wann Schluss ist. Genau, ich bin gekommen, um dich K.O. zu schlagen. Du Wurm. Ich werde dir zeigen, über welche Kraft ich verfüge. Gleiches gilt für mich. Ich werde dich und siehensatz befördern. Ach so. Das ist Duell-Modus. Ja. Und der hat weiße Energie? Was? Ich habe fast gar keine. Nein, hinter dir. Nein. Wieso habe ich schon wieder keine Energie? Das ist doch voll unfair. Komm her, Piccolo. Oh, ey. Zack. Huuu. Aber sicher doch Piccolo. Da muss ich eben kurz pausieren Weil Weil einfach weil Oh Ey, grad wo ich so eine coole Attacke machen will Kommt er Ja Ach Piccolo, ich bin grad so etwas konzentriert, deswegen sag ich auch grad nix Okay, und wieder zu den Fäusten Ah Piccolo Ist ok Ah, das war klar, das war klar Da bin ich zu sicher Boah Piccolo Ey, sorry Bruder, aber Du warst halt böse Nur weil ich wieder so eine geile Attacke machen will Genau was selber das E ist Plan Ich wusste es Da habe ich ihn wieder Da habe ich ihn wieder Das kann nicht sein Das kann nicht sein Ich stecke alle meine Kraft in diese Faust Schlag hindurch Ich Ich habe gewonnen Wie ist das möglich, wie kann ich besiegt worden sein Glaube bloß ich die Dämonenrasse lasse sich so leicht ausmerzen Boom Zu guter letzt war König Piccolo der Dämon beseitigt worden Damit war durch die Kraft eines einzigen Jungen namens Goku Die Welt aus dem Clown König Piccolo gerettet worden Später bat Goku Li Shenron wieder zum Leben zu erwecken Und brachte auch Krillin, Munoroshi und die andere wieder zum Leben zurück Gokus Abenteuer ging weiter, aber das ist eine andere Geschichte Wuhuuu Yeah Ich bedanke mich an alle, die bei diesem Let's Play zugeschaut haben Beziehungsweise kommentiert haben Und ähm Ja Als nächstes Projekt habe ich auch schon wieder was in Aussicht Also wie im Final Fantasy Weil Final Fantasy schicke ich noch ein bisschen hin Ähm Mal gucken, vielleicht nehmt ihr das genauso gut auf wie Dragon Ball das Neue Aber dazu mehr ähm Ich weiß gar nicht, was für einen Tag haben wir heute Samstag, Sonntag Ich glaube das wird wieder so ein Samstag-Lontag-Projekt werden Das Neue Mal gucken Mir sind jetzt alle Wege offen Ich kann tun und lasse was ich will Ba 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 Republishing Team Rebecca Bla 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 Mikiko Tanimoto Boney Eilishen Guyen Marie Sliver Vincent Hattenberger Fursau Giroux Mike Mike Jean Grincolier Dominique Morell Roselyne Nordic, Switzerland, United Kingdom, Third Party Management, Special Thanks to RLQ, Sveta, bla 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 und Special Thanks natürlich an mich, weil ich das gespielt habe und an euch, die ihr zugeschaut habt und ja, das Spiel kann man jetzt übrigens nochmal mit Krillin durchspielen, du kannst jetzt Krillin im Story Modus auswählen, du kannst jetzt im Spielmenü extra auswählen, du kannst jetzt im Spielmenü Mini Spiel auswählen, du kannst jetzt auch deinen Maul halten und dich ins Knie ficken, so, ich zeige euch das mal eben, hier, bla bla bla, normal, Story, vor langer Zeit, achso, ich glaube, dass ich hätte, habe ich jetzt Krillin? Nee, okay So, Karte Ich glaube, das war irgendwie falsch Ah, stimmt, ich hätte mit dem alten Spielstand weiterspielen müssen, naja, egal, ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal Euer Nico Yo